Hallo ihr lieben Kontrastpiraten, mein Name ist Tim und heute lernt ihr alle Basics zum Thema HDR. Denn wer Color Grading in HDR machen möchte, muss zunächst erst einmal sich grob mit HDR auskennen. Zunächst einmal, was ist eigentlich HDR und was nicht und was zum Teufel bedeuten all diese Begriffe und Standards? Genau darum geht es in diesem Video. In den letzten Jahren haben wir Monitore und Bildschirme mit einer Auflösung von hauptsächlich UHD bekommen, aber der Industriestandard für den Farbraum für Fernseher und SDR Bildschirme ist immer noch Rack 709 oder sRGB, was fast das gleiche ist. Das nächste große Ding wird nicht 8K, nein, sondern HDR. Im Grunde ist es recht einfach, alles was kein HDR Monitor ist, ist ein SDR Monitor, Punkt, aus. Schauen wir uns das aber mal genauer an. Kurz gesagt, HDR steht für High Dynamic Range und ermöglicht es, einen größeren Helligkeitsbereich, also einen höheren Dynamikbereich, als das vorhandene SDR, also vom dunkelsten bis zum hellsten Ton anzuzeigen. Aber Vorsicht, HDR bedeutet nicht nur einfach mehr Dynamikumfang, aber dazu kommen wir gleich noch genauer. SDR steht für Standard Dynamic Range und das bedeutet vereinfacht gesagt, dass ein SDR Monitor einen Kontrast von ungefähr 7 fotografischen Stops darstellen kann. Dann ist Schluss. Oder anders ausgedrückt, ein solcher Fernseher oder Monitor kann bis zu ungefähr 100 Nits anzeigen. Nits ist nichts anderes als ein Begriff, welcher besagt, dass ein Nitt genau ein Candela pro Quadratmeter entspricht. Und Candela wiederum ist eine physikalische Einheit, welche die Lichtstärke quantifiziert. Und es geht also um die Bestimmung der Stärke eines gerichteten Lichtstroms, nämlich in diesem Fall um euren Monitor oder Fernseher. Das reicht eigentlich schon für das Grundverständnis. Und ihr erinnert euch an den kurzen Exkurs Richtung Luminanz aus meinem Video über Farbräume? Die Luminanz ist nichts weiter als eine fotometrische Größe aus der Videotechnik. Und die als Maß für die Helligkeit von Bildpunkten verwendet wird. Physikalisch entspricht sie exakt der Leuchtdichte mit der Einheit Candela pro Quadratmeter. Ups, schon wieder Candela pro Quadratmeter. Naja, wie jetzt? Nitz gleich Luminanz? Im Grunde könnt ihr euch das schon so merken, wenn ihr wollt. Falsch ist es nicht. Und der Einfachheit halber möchte ich für euch aber lieber erst einmal über die fotografischen Stops sprechen. Um im Vergleich dazu dann den Bezug zu Nitz herzustellen. Denn das sind die Begriffe, über die ihr als erstes stolpert, wenn ihr euch mit eurer Kamera oder euren Monitor beschäftigt in Richtung HDR. Ein HDR-Display kann also viel höhere Helligkeiten darstellen als ein SDR-Display. Das ist jetzt klar und das bedeutet nun, dass dadurch natürlich auch der Kontrastumfang eines HDR-Displays viel größer ist. Logisch. Sehen wir uns mal ein paar Grafiken dazu an, um zu verstehen, was solche Nitz-Werte überhaupt bedeuten. Und um die Dinge besser in einen Kontext zu bringen. Das Wichtigste, was ihr über SDR im Vergleich zur HDR wissen solltet, ist, dass SDR-Video mit einer herkömmlichen Gamma-Kurve beschrieben wird. Die Peak-Luminanz für SDR ist definiert als 100 Nitz für TV und 46 Nitz für DCI, also Cinema. Und der Farbraum ist normalerweise Rec. 709 für TV oder P3-DCI für Kino. Und das ist sehr wichtig, die Quantization beträgt maximal 10 Bit. Ja, ein SDR-Monitor oder Fernseher kann nur maximal 10 Bit anzeigen. Meistens sogar nur 8 Bit. Nicht 12, nicht 16, 10 Bit ist die maximale Grenze. Und das war's. Unsere Kameras können jedoch bereits schon bis zu 16 Bit RAW verarbeiten, sodass wir da einen herrlichen Flaschenhals haben. Und es gibt hier noch viele weitere Engpässe. Im Vergleich zur SDR erhöht also HDR den Unterschied zwischen Schwarz und Weiß über den Kontrastbereich herkömmlicher Fernsehgeräte hinaus. Weshalb HDR einen neuen IOTF und einen geeigneten OETF erfordert, da Gamma dies, vereinfacht gesagt, nicht bewältigen kann. Die Begriffe IOTF in OETF sind die Transferfunktionen, einmal von elektrisch zu optisch IOTF und von optisch zu elektrisch OETF. TEF steht für Transferfunktion und eine elektro-optische Transferfunktion ist eine Korrekturfunktion, mit der elektrische Spannungen in Helligkeitswerte umgerechnet werden. Und genau das passiert bereits in eurer Kamera. Denn da werden keine Helligkeitswerte gespeichert, sondern klar elektrische Signale. Aber warum ist das nun wichtig? Ganz einfach. Bisher reden wir immer vom Gamma. Das ist nichts anderes als die Transferfunktion, mit welcher die Helligkeitswerte mittels einer Kurve, der Gamma-Kurve, wieder in ein lineares Signal umgewandelt werden. Das ist jetzt stark vereinfacht, damit das hier nicht allzu sehr ausufert. Also einfach erst einmal merken, ohne Gamma als Transferfunktion kein SDR. Aber das menschliche Auge sieht nicht linear. Vielmehr ist das menschliche Auge durch die Adaption der Iris in der Lage, sich an ständig verändernde Lichtverhältnisse anzupassen und dabei an Helligkeit noch schneller als an Dunkelheit. Das Gehirn wertet die Information immer wieder neu aus und ermöglicht es uns so, einen weiten Bereich von Helligkeitsunterschieden wahrzunehmen. Dies bedeutet nun, dass die vom Auge wahrgenommene Helligkeit nicht mit der tatsächlichen Helligkeit ansteigt. Nimm das Auge zum Beispiel bei Tageslicht bereits 100 Nits. Als weiß war, reicht im Kino bereits ein Drittel dieser Lichtmenge auf der Leinwand aus, aber andersherum wird die Lichtmenge, die im Kino als weiß empfunden wird, im Tageslicht bereits als grau empfunden. Ja, was denn nun? Verwirrend, nicht? Aber es gibt Hilfe und das ist eben Gamma. Gamma ist also bei SDR mal ganz vereinfacht ausgedrückt für die Anpassung eines analogen oder digitalen Bildes an das menschliche Helligkeitsempfinden zuständig. Das ist stark vereinfacht, aber das sollte reichen. Dies wird als Gamma oder eben in der Fotografie als Tonwertkorrektur bezeichnet. Nichts anderes ist das. Und wir belassen es mal dabei, sonst wird es hier wirklich noch verwirrend. Aber Gamma ist also eine Korrekturfunktion und ist dabei fast immer eine Kurve. Nur ein Gamma von 1 entspricht einer Geraden, ist also linear. Ja, Gamma hilft uns also nicht lineare Helligkeitsunterschiede auf Displays darzustellen. Die Grafik zeigt noch einmal zum besseren Verständnis dieses doch recht komplexe Thema zugegebenermaßen. Die grobe Datenpipeline seht ihr auch noch und ihr seht, dass OETF der Encodingprozess von Licht zu elektrisch ist. Hier wird also Lichtsignal in ein elektrisches Signal kodiert und am anderen Ende ist die IOTF, also die Dekodierung von elektrischen Signalen zu Lichtsignalen. Um schlussendlich ein Bild auf dem Display überhaupt erst mal darstellen zu können. Damit ihr noch ein besseres Gefühl für Luminanzunterschiede bekommt. In der Natur haben wir mehr als 10.000 Nits. Es sind sogar bis zu einer Million Nits bei hellem Sonnenlicht. Und das geht bis zu völlig pechschwarz. Aber unsere Augen können nur etwa 12.000 Nits auf einmal sehen. Und dies mit Kamerastops mal in Zusammenhang gebracht. Ein menschliches Auge kann damit einen Gesamtbereich von ungefähr 24 bis 25 Stops sehen. Jedoch nicht zu einer Zeit, dass sich das menschliche Auge ständig anpasst. Also beim Color Grading von HDR geht das genauso. Geht es hauptsächlich um höhere Werte in den Lichtern und in den Highlights. Die Schatten bleiben grob gesagt etwa gleich. Mal zum besseren Verständnis. Eine Kamera kann normalerweise etwa 14 fotografische Stops aufnehmen. Und wenn ihr eine sehr gute und teure Kamera habt, zu einem mit einem roten Punkt, dann sogar bis zu 16 Stops als Dynamikumfang. Und dann auch, aber auch meist aufgrund von Logprofilen. Und im Vergleich dazu, SDR kann nur bis 7 Stops anzeigen. Und HDR mit 1000 Nits kann heutzutage meistens 12 Stops darstellen. Und genau das ist einer der Hauptunterschiede zwischen SDR und HDR, was die Helligkeitswerte bzw. die Luminanz angeht. Okay, so. Wir haben aber vorhin etwas von Transferfunktionen gehört. Und diese sollen ja nun helfen, unsere aufgenommene Helligkeitsinformationen in einem Bild möglichst standardisiert auf einem dafür vorgesehenen Display darzustellen. Und diese IOTFs, diese Transferfunktionen, sind dabei nun der Ersatz, wenn ihr so wollt, für unsere Gamma beim HDR. Denn Gamma gleich SDR und HDR gleich. Ja, was denn nun? Tja, leider gibt es da keine ordentliche Norm für IOTF. Eine einheitliche IOTF würde ja exakt beschreiben, wie das digitale HDR-Signal in ein sichtbares Bild umzuwandeln ist. Doch leider ist es nicht gelungen, bis heute hier einen verbindlichen Standard für alles zu etablieren. Und stattdessen haben wir aktuell vor allem vier Vertreter. Und das sind HDR10, HDR10+, Hybrid Log Gamma und Dolby Vision und VESA. Und bei fast allen HDR-Standards wird der Perceptual Quantivizer, also als Transferfunktion, benutzt, kurz PQ. Nur HLG macht eine Ausnahme, denn da wird Gamma mit PQ so ein bisschen gemischt. Aber da gehe ich jetzt nicht größer drauf ein. Beginnen wir mal mit HDR10. HDR10 ist der kostenlose Standard 2086, der die standardisierte Perceptual Quantizer-Methode, also PQ, verwendet und die Farb- und Helligkeitsinformationen werden mit einer Farbtiefe von 10 Bit im erweiterten Farbraum Rekt 2020 übertragen. Und die übertragenden Metadaten sind statisch und gelten daher für den gesamten Videoinhalt, also für einen kompletten Film von Anfang bis Ende gleichermaßen. Hier wird also nichts dynamisch angepasst. Und HDR10 ist einer der ersten Open Standards und wird heutzutage von nahezu jedem Hersteller unterstützt. HDR10 Plus hingegen basiert auf dem HDR10 Standard und erweitert ihn mit dynamischen Metadaten. Aufgrund dieser dynamischen Metadaten können die Helligkeitswerte nun Szene für Szene oder sogar Bild für Bild eingestellt werden. Außerdem kann dieser Standard den Farbraum des Displays erkennen. Und HDR10 Plus passt sich also aufgrund der dynamischen Metadaten automatisch an das Display an. Und das ist es auch schon. Jetzt kennt ihr den Hauptunterschied zwischen HDR10 und HDR10 Plus. Der nächste Standard im Bunde ist HLG, also Hybrid-Log-Gamma. Und HLG ist ein völlig anderer Ansatz und wurde von der BBC und dem japanischen Sensor NHK entwickelt. Der Standard verwendet relative Helligkeitswerte und baut auf dem BT2020 Standard auf, erweitert diesen jedoch um den erweiterten Farbraum und um PQ. Und dies wird als HLG Dynamic Range oder BT2100 bezeichnet. HLG wurde bewusst ohne einen festigen Helligkeitsreferenzwert definiert. Und für HLG müssen wie für HDR10 Plus auch keine Lizenzgebühr bezahlt werden. Und HLG wird von allen HDMI-Versionen unterstützt, die mit HEVC und VP9 kodiert sind. Der Vorteil ist, dass HLG-Inhalte auf allen Fernsehgeräten abgespielt werden können. Unabhängig davon, ob es sich um SDA oder HDR-Geräte handelt. Und HDR10-Inhalte hingegen können nämlich nur sinnvoll auf einem HDR-fähigen Display dargestellt werden. Okay, das ist einer der Gründe, warum viele zunächst auf HLG setzen. Und HLG wird aber heutzutage vor allem nur noch im Broadcasting verwendet. Okay, kommen wir zu Dolby Vision. Dolby Vision verspricht ein sehr lebendiges Bild, mit dem Farb- und Helligkeitsverläufe mithilfe von dynamischen Metadaten optimal inszeniert werden können. Und das PQ manifestiert, dass der Referenzweiswert von 100% immer mit 100 Nits wiedergegeben wird. Aber zum Beispiel die Glanzlichter oder andere Highlight-Details weit darüber hinaus gespeichert werden können. Und deshalb spricht man bei dieser Festlegung von einem Referenzwert, also eine Referenzweiß 100% gleich 100 Nits. Auf HDR-Monitoren mit zu wenig Nits werden diese Details jedoch einfach abgeschnitten, also geklippt. Und diese Art von Kodierung mit festen Werten bezeichnet man auch als absolut, beziehungsweise Displayreferd, also displaybezogen. Dolby Vision ist also ein displaybezogenes System, bei dem jeder Wert der Metadaten bestimmten Helligkeitsinformationen zugeordnet wird. Dolby verwendet dabei eine Übertragungstechnologie für bis zu 12-Bit Farbtiefe, um sehr weiche Farbübergänge anzeigen zu können. Und die meisten Produktionen und Wiedergabe-Displays sind jedoch ja nur für aktuell 10-Bit ausgelegt. Und Dolby Vision löst dieses Dilemma, indem Kurven für die Luminanz- und Farbbereiche effizienter verwendet werden, um die wahrnehmbare Streifenbildung zu minimieren. Und diese ermöglicht schlussendlich eine bessere Darstellung. Das heißt also, dass Dolby Vision auch mit 10-Bit verwendet werden kann, aber nur sinnvoll bis 1000 Nits. Kommen wir in Bereiche bis zu 4000 Nits, verlangt Dolby Vision dann schon 12-Bit. Bei Dolby Vision gibt es zwar keine technischen Spezifikationen in diesem Sinne, sondern vielmehr Spezifikationen zum Workflow, denn Dolby Vision schreibt auch einen gewissen Workflow vor. Aber eben dieser Workflow enthält wiederum nun auch technische Anforderungen. Konkret muss solch ein Dolby-Referenz-Display mindestens 1000 Nits sowie den PQ-Standard BT284 beherrschen, den Rack2020-Container für P3 problemlos darstellen, mindestens 10-Bit können. Und es müssen Scene-to-Scenen-Metadaten für das korrekte Trimming auf RedX-Simple 9 dargestellt werden können. Und eins ist noch wichtig zu wissen, Dolby Vision ist nicht auflösungsabhängig. Das heißt, man kann auch Dolby Vision in HD erstellen. Okay, zuletzt möchte ich noch einen weiteren HDR-Standard erwähnen und das ist VESA. VESA ist vor allem für Games und PC gedacht und wurde also vorrangig für die Game-Industrie entwickelt. Und VESA hat einen Levelumfang von 400 Nits bis 1400 Nits und ist ein Display-Standard. Es gibt dabei vier Standards, eben den 400 Nits-Standard, der benötigt nur 8-Bit und Rack2020-9, den Display-DHR 600 Nits-Standard, ab hier gelten 10-Bit und 90% von P3, den Display-HDR 1000 Nits-Standard und schließlich den Display-HDR 1400 Nits-Standard. Ich gehe aber auf diesen Standard oder auf diese Standards jetzt hier nicht noch weiter ein, da es hier mehr um Video geht und nicht um Games. Noch ein Kurzblattwort zu der Farbtiefe. Die Standards HDR10 und HDR10 Plus und auch HLG erfordern laut Spezifikation mindestens 10-Bit. Punkt. Auch wenn zum Beispiel Sony bei einigen Kameramodellen auch HLG-Aufnahmöglichkeiten mit 8-Bit anbietet, dies ist nicht konform zur HLG-Formatspezifikation. Okay, jetzt kennen wir alle wesentlichen HDR-Standards und die wesentlichen Unterschiede, und wir wissen nun auch, was die wesentlichen Unterschiede zwischen HDR und SDR sind. Und die sind eben nicht nur die Unterschiede in der Luminanz, also in den Nits, sondern auch die IOTFs sind teilweise unterschiedlich. Und schlussendlich müssen auch noch die Farbräume erwähnt werden, hatten wir ja gerade schon, denn auch hier gibt es Unterschiede. Die folgende Grafik fasst das noch einmal etwas mehr zusammen. Wir müssen also im Zusammenhang mit HDR insgesamt fünf wichtige Dimensionen, sag ich mal, berücksichtigen. Und zunächst muss man verstehen, dass HDR bedeutet mindestens UHD zu nutzen, besser als 4K, weil HDR bedeutet, dass wir bessere Pixel benötigen. Nicht nur hellere Pixel. Das verstehen viele leider immer noch falsch. Übrigens, die UHD-Allianz definiert den Standard für TV-HDR mit einer Mindestauflösung von UHD. Punkt. So gibt es zum Beispiel UHD-Premium-Geräte, welche nichts weiter als UHD-Geräte mit HDR-Funktionen sind. Und eben diese Spezifikation besagen, dass ein Premium-HDR-Gerät eben mindestens eine UHD-Auflösung haben muss mit einer Farbtiefe von oder einer Bitdef von 10 Bit, den BC 2020 Color Space Standard können muss und mit einer Limitierung von 90% von P3 darstellen können muss. Sofern es sich dabei um LCD-Gerät handelt, muss dieses mindestens 540 Nits darstellen können. Und genau daher kommt die Tatsache, dass solche Geräte meistens bis zu 600 Nits darstellen können, damit sie als Premium-UHD-Geräte eingestuft werden können. Die maximale Brightness soll dabei bei 1000 Nits mit einem Black-Level von ungefähr 0,5 Nits liegen und handelt es sich dagegen um OLED-Geräte, soll in solch einem Gerät ein Black-Level von 0,0005 mit mindestens 540 Nits darstellbar sein. Und das ist, was die meisten Hersteller am Ende auch machen. Bei einer der Mitglieder dieser Allianz ist zum Beispiel LG und deren Flaggschiffe sind die OLED-Geräte, welche hervorragende, nee halt falsch, absolut herausragende Werte liefern. Und nun greife ich zwar schon damit ein bisschen dem Video über HDR-Monitore vorweg, welches bald auf diesem Kanal erscheinen wird, aber macht ja nichts. Okay, dies sind also die Spezifikationen für HDR-Consumer-Geräte, nicht für Mastering-Geräte. Hier stellt die Allianz ganz andere Anforderungen. Darauf gehe ich aber heute hier nicht tiefer ein. Das werden wir vielleicht später noch tiefer behandeln. Wer daran Interesse hat, kann sich gern per E-Mail bei mir melden. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Kanal-Info. Und für das Color-Grading bedeutet dies nun nichts weiter, als dass man den Farbraum P3 mit dem Weißpunkt D65 verwenden muss und am Ende in einen Rack 20-20-Container packt, okay? Es kommt immer darauf an, was ihr ausliefern müsst oder wollt. Und ihr erinnert euch, in meinem Video Teil 2 über das Resolve Color Management habe ich das Problem P3 und Rack 20-20 gleich zu Beginn schon einmal kurz beschrieben. Wer da mehr wissen möchte, bitte zunächst dieses Video einmal kurz am Anfang anschauen. Es spielen also wesentlich auch die Auflösungen und sogar die Farbräume eine Rolle, wenn es um HDR geht. Und das ist absolut wichtig zu verstehen. Okay, wir haben also bei HDR viel mehr Farben oder, um genau zu sein, viel größere Farbräume. Ihr könnt euch das auch in einer Art erhöhtem Farbvolumen vorstellen. Das wiederum bedeutet, dass man sich auch viel mehr um die Farbpräzision kümmern muss. HDR in der mittleren Klasse von HDR-Displays, also mit mindestens 600 Nits, ist mindestens 10 Bit. Rein technisch kann man HDR auch schon mit 8 Bit umsetzen, aber vergesst das bitte ganz schnell wieder. Ja, denn dies ist nur für Displays mit bis zu ca. 350 Nits überhaupt sinnvoll. Und absolut nicht future-proof, da ja heutige OLED-Displays bereits schon bis ca. 600 Nits darstellen können. Also was wollt ihr damit? Wie ich bereits erwähnt habe, wird das Color Grading für HDR heutzutage normalerweise mit 1000 Nits durchgeführt. Und man braucht also für das Color Grading in HDR auf jeden Fall einen Monitor, der 1000 Nits darstellen kann, wenn man wirklich sehen möchte, was man tut. Es ist aber auch möglich, ein Color Grading mit einem OLED-Fernseher zu machen oder zu erstellen. Man muss dann aber einige Dinge berücksichtigen bzw. dazu wissen, denn man hat hier zum Beispiel mindestens nur 600 Nits zur Verfügung. Und darunter würde ich es sowieso nie empfehlen. Ich mache dazu aber auch noch, wie gesagt, ein gesondertes Video, wie man einen richtigen Monitor für das Color Grading in der HDR auswählt. Wenn euch das Thema HDR-Monitor interessiert, schreibt es doch bitte einfach mal in die Kommentare oder schickt mir auch gerne eine E-Mail. Zu guter Letzt noch ein weiterer Punkt. Und die Framerate ist auch noch ein sehr wichtiger Punkt in Bezug auf HDR. Denn wenn man zum Beispiel für eine Zeitlupensequenz 120 FPS verwenden möchte, sollte man wissen, ob man dies mit der verwendeten Kamera auch wirklich in 10 Bit machen kann. Da sonst Probleme auftreten können, das sollte jetzt auch soweit verständlich sein. Zum Schluss möchte ich euch noch ein besseres Verständnis dafür geben, wovon wir sprechen, wenn es um Nits und Dynamic Range geht oder kurz über den Image-Kontrast. Das Erste, was ihr wissen solltet, ist, dass in HDR die besten Monitore aktuell bis zu 4000 Nits darstellen können. Nur ein Monitor auf der ganzen Welt kann 20.000 darstellen, aber dieser Bildschirm ist der Dolby Research Monitor und überhaupt nicht käuflich. Da die 4000 Nits Monitore noch sehr, sehr teuer sind, bedeutet dies, dass die True HDR oder True HDR Monitore, welche man halbwegs bezahlen kann, maximal 1000 Nits eben halt auch nur anzeigen können. Und ich spreche von Monitoren, die Hardware kalibriert werden können, was enorm wichtig ist für HDR. Mit Softwarekalibrierung riskiert man bei HDR ganz schnell Fehler im Bild und das wäre ja ärgerlich. Es gibt noch andere Monitore mit höheren Nitswerten auf dem Markt, aber das ist nicht das Thema dieses Videos, wie gesagt. Dazu kommt in einem Extra-Video noch mehr. Okay, wie ihr auf dieser Grafik hier sehen könnt, die Dominanz-Vision eines sonnigen Tages kann bis zu einer Milliarde Nits und heller erreichen. Also in der realen Welt, da draußen, nicht im Keller oder im Zimmer, okay. Unsere menschliche visuelle Anpassung erreicht gleichzeitig bis zu ca. 12.000 Nits, aber wir können diesen Bereich an unterschiedliche Lichtverhältnisse anpassen, sodass wir fast die gesamte Day-Vision und einen Großteil der Night-Vision abdecken können. Dieser Bereich könnte von einem zukünftigen Fernseher ebenfalls abgedeckt werden. Und dabei ist der obere Bereich nur eine wichtige Sache im Zusammenhang mit Kontrast oder Nits. In der HDR-Begriffsterminologie nennt man dies absolutes Weiß, also diesen oberen Rand, aber genauso verhält es sich mit dem absoluten Schwarzwerten, weil Kontrast nun einmal der Unterschied zwischen höchsten und niedrigsten Werten ist. In HDR sprechen wir dabei von 0,0005 Nits als maximalen tiefste Werte, je nachdem, was das Display darstellen kann. Also denkt daran, die Blacks sind auch sehr wichtig, wenn es um HDR geht. Ein sehr gutes Display kann bis zu 0,005 Nits korrekt anzeigen und im Kontext heißt dies nun nichts weiter, als dass man in den tiefen Bereichen bei HDR ebenfalls sehr aufpassen muss. Warum? Ich sage es mal so, in HDR wird nicht gecrasht, okay. Wer sich da jetzt mal versuchen möchte, Finger weg vom Crashen. Achtet vielmehr darauf, dass ihr die Tiefen möglichst nicht unter 0,5 Nits abrutschen lasst. Okay, jetzt wisst ihr schon eine ganze Menge über HDR im Allgemeinen. Ihr kennt die wichtigsten Standards, die Unterschiede und was HDR eigentlich ist bzw. worauf es ankommt. Und natürlich, das sind nur die Grundlagen von HDR. Aber ihr seid nun in der Lage, euch in der Welt von HDR besser zurechtzufinden, denn ihr wisst nun auch, dass es bei HDR eben nicht nur um Nits und Dominanz geht, sondern um viel, viel mehr. Wer ja tiefer einsteigen und noch mehr zum Thema HDR und natürlich Color Grading in HDR wissen möchte, schreibt es in die Kommentare oder schickt mir auch gerne eine E-Mail. Die Adresse findet ihr in der Kanal-Info. Okay, ihr lieben High Dynamic Ranger. Das war's zu den HDR Basics. Bleibt kontrastreich und natürlich wie immer schön bunt. Macht's gut!